Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir haben lange drauf gewartet und zwar werden wir jetzt das Gewinnspiel auslosen. Ich habe mir Hilfe geholt von meinem Bruder und ich würde sagen, wir starten auch gleich rein, damit ihr Bescheid wisst und direkt die Grand Coins ausgeben könnt. Let's go! Ich habe mir ganz professionell überlegt, wir machen das so, dass ihr einfach dabei zusehen könnt, damit ich nicht bescheiße und irgendwie meine Freunde da mit reinnehme. So, eingestellt auf die letzten 90 Tage. Das heißt, alle meine Abonnenten sind mit da drin und wir werden jetzt einfach einmal, du sagst Stopp und ich werde einfach meine Augen zu machen. Da geht man Stopp. Dann herzlichen Glückwunsch an Tremekool. Dritter Platz, du bekommst 10 Grand Coins. Du musst mir den Namen aufschreiben. So und jetzt kommen wir zum zweiten Platz. Die 25 Grand Coins gehen an. Ich sehe nicht. An, 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 an. Okay, ja, ja. Stopp. Ich bin froh, wieso... Ah! Kai Stenger. Stenger Kai. Um den ersten Platz sage und schreibe 50 Grand Coins. Wer wird sie bekommen? MacDiabio. MacDiabio. 50 Grand Coins. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen das folgendermaßen und zwar werdet ihr einen Kommentar verfassen. Mit eurem Discord-Tag. Ich schreibe euch dann an und gebe euch, beziehungsweise schicke euch dann privat den jeweiligen Code. So, das war also das Gewinnspiel. Seid auf jeden Fall auch beim nächsten Mal dabei. Abonnieren nicht vergessen. Dann nehmt ihr auf jeden Fall teil. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.